Musik Wettlauf, wir sind auf Sendung! Also, und nun das Wetter. Morgen wird ein Sonnenwege von uns herunterkommen, wie wir es noch nie behaupten. Es wird heiß, sonnig und verschneit. Bei minus 27,2 periodisch Grad wird es natürlich wundervoll. Die 5-Tages-Vorherschau wird natürlich gleichermaßen angesehen. Es wird Sonnenschein mit etwas Regen, ein kleines Gewitter mit Nebelfeldern, Regen mit außerirdischen Angriffen und leichter Schneefall. Nun zur Jahresvorherschau. Der Rest des Jahres wird eigentlich gleich verlaufen. Der 31. Dezember wird schön. Ich gebe zurück ans Studio.